Herzlich Willkommen zurück, Leute, zum besten Overcooked-Duo auf diesem Kanal mit Kapuze. Sashimi! 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 Sehr gut. Wir kochen wieder. Ja. Und zwar... Was gibt's denn heute? Geile Schnitzel? Was ist das? Dirty Plot? Was ist das? Dirty Plot? Was ist das? Jetzt müssen wir auch noch abwaschen. Richtig egal. Wie ist das Sashimi oder wie? Sashimi oder was? Wo ist der Topf hier? Ich geb dir... Gib mir den Reis und ich hau Rhein. Genau. Hattet der Rhein? Ja. Ich mach mal Sashimi fertig. Hier kriegst du ein Gürkchen. Du brauchst hier für irgendwas eine Gurke. So. Ich kann... Was ist da heute? Brauch ich... Wieso brauche ich ein Gürkchen? Keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall... Ich mach mal zwei Gürkchen fertig. Wo ist denn... Denk denn der Koch da oben brennt? Ja, ich brauche... Juck! Ich... Ich brauche diesen... Ich geb den Teller hier. Hier sind Teller. Oh Gott. Überfordern an der Küche. Ich geb einfach mal das... Das ist falsch. Was hab ich... Ich hab doch nichts gemacht. Ach Gott. Wir brauchen... Jetzt hör auf Reis zu machen. Ich glaub wir brauchen gar nicht so viel Reis. Erstmal... Erstmal geb ich nur den ab. So. Jetzt brauchen wir einmal alles. Einmal alles. Irgendwo. Warte. Zack. Hier pack ich mal was grünes drauf. Ich brauche Teller. Ich brauche Teller. Achso da unten ist... Der eine... Die wollen mit Gürkchen haben heute. Was wollen die heute? Was... Warum wollen die denn hier... Die wollen so ein komisches Gericht. Echt... Die... Dann haben wir denn da... Wieder so ein extra Wurscht oder wie. So. Abwaschen Kapuze. Das ist dein Job. Ich brauche Reis. Mann. Geben sie mir Reis. Hier haben sie Teller. Oder Reis oder wie? Der heiß ist Reis. Im Koffi ist nix. Aber die brauchen nur Schrimps, gell? Nein. Der Reis ist da jetzt schon drauf. Nein. Gib uns Schrimps. Da ist aber schon Reis drauf. Achso. Ja. Was willst du jetzt von mir? Die brauchen Teller nur. Ohne... Ohne Reis. Teller. Gib ab. Was ist jetzt mit dem Einer? Das musst du essen. Damit können wir nix anfangen. Wenn in der Küche was übrig bleibt. Ja. Ich gebe es einfach irgendeinem. Ich gebe dir mal Reis. Ich nehme jetzt hier das Gürkchen. Und da ist ein Teller. Gürkchen auf Reis. Jetzt brauche ich Reis. Ich brauche Reis. Ich brauche Reis. Ich brauche Reis. Ja kocht doch der Reis. Jungs. Hier vorne. Teller. Ja und weg. Da Ding. Hier oben ist noch Reis. Nimm mal deinen Top und den Reis. Da Jungs. Hier Gürkchen. Das Gürkchen ist runtergefallen. Das Gürkchen ist runtergefallen. Ich glaube das ist weg geworden. Das Gürkchen ist irgendwie abgestürzt. Mist wie konnte das so kassieren. Nicht so nah am Dingens arbeiten würde ich sagen. Das war ein Slippery Gürkchen. So ok ok. Da oben. Da wird die Teller werden gewaschen. Ja waschen. Einmal alles. Ich mach mal den Riech. Ich bin richtig am waschen. Ich mach mal den Riech. Ich bin richtig am waschen. Ja. Einfach nur einen Teller bitte. Einfach nur einen Teller bitte. Einfach nur einen Teller. Zack der geht direkt raus. Wenn du einen Shrimp will. Das ist halt nicht. Ja nochmal einen shrimpigen Teller bitte. Äh. Und danach einmal alles. Wir brauchen einen Rice jetzt. Äh. Ich hab den Rice gegeben. Ja ja. Liegt da noch so ein. Hier noch einen Flatschen. Wir brauchen nur zwei. Mehr gehen nicht mehr raus heute. So. Und noch einen Teller. Teller gibt's unten. Perfekt. Und da kommt noch der Reis raus. Ne. Zwei mal Reis. Schön da drauf. Gleich ja. Und so die ist. Zack. Und der andere auch. Ja. Und was noch? Nur noch da ist. Und dann machen wir Feierabend jetzt hier. Und immer noch einen shrimpigen Teller eben. Komm. Ich hab keinen. Scheiße. Geht die mehr. Ah. Ich hab den Teller vergessen. Hahaha. Ja. In der Eile kann man vollkommen, dass man Teller benutzt. Und. Ja natürlich. Ja klar. Ey. So geil. Auch mit Abwaschen. Ja. Ich hab vom dreckigen Geschirr in die geilen Gurke gegriffen. Richtig nice. Emote. Okay. Weiter geht's. Oh. Das ist schon anstrengend. Das ist wie Lärm. Oh. Aber macht schon Spaß. Ich find das halt nice, dass es halt. Weißt du. Hidden Level. Ja. Da gehen wir hin. Hidden Level. Irgendein Dude muss sich doch auf der Welt gedacht haben. Oh. Das geht nicht los. So. Jo. Guck mal wie ich hier den Geheimgang aktiviere. Da hast du gesehen. Wichtig ist es nicht. Boah. Das erinnert mich an altes Mario. Ist da wer? Oh. Was ist der Level? Who? Kevin 1. Kevin 1. Ja. Das ist jetzt ein krasses Level sag ich dir. Ja. Ist das schwer. Wir sind getrennt gell? Was haben wir für den Hund gekauft? Oder was? Echt jetzt? Das stimmt. Oh. Irgendwas in den Mixer. Ja. Mit Sashimi. Sashimi immer gut. Sashimi. Oh. Du bist da drüben. Ich bin der Mixer. Und wie kriege ich das jetzt? Achso ich kann das überhaupt auch. Ich mix einfach mal. T-Bone Steak. Richtig. Ja was. So warte mal. Da muss noch was rein. Was muss denn noch rein? Äh. Mehl. Mehr Mehl. Wo ist Mehl? Da unten rechts bei dir. Bei mir ist Mehl. Hier ist Mehl. Oh das ist ein Teller. Ah. Ne Mehl. Okay. Warte mal. Was muss ich machen? Ist das richtig? Sashimi dünsten. Warte ich kann auch dünsten. Sashimi dünste. Hier dünste das hier mal. Glaube ich. Fleisch? Ja. Das da dünste hier nochmal. Hier ist noch eins. Ich habe hier einen Teller in der Hand. Was mache ich denn? Äh. Leg ihn hier hin. Und dann? Ja dünste das andere hier noch. Das hier wo ich dran stehe. Achso. Achso. Da hast du schon Sashimi rein getan. Abgeben da oben. Beides rausholen. Ah das ist schon fertig. Hol da oben. Da brennts. Es. Der Topf brennt. Hier da. So. Das andere brennt auch. Du bist bei der Abgabe. Nicht ich. Du musst abgeben. Abgeben. Das Ding abgeben. Und dann das auch abgeben. Ich kann. Ich kann gar nicht schauen. Abgeben. So. Gib mir mehr. Was ist denn das hier für ein Korb? Bald dein Korb. Leg den auf deinen Ofen da hinten. Hier. Das muss gedünstet werden. Ja da. Das geht nicht rein. Dann ist doch nicht fertig. Gib nochmal her. Das muss nochmal. Ich mix das nochmal. Warte. Ich mix nochmal nach. Gib mal hier nochmal Mehl. 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 Ja. Okay. Du musst sashimi dünsten rein. Du musst abwaschen. Du musst abwaschen. Ja jetzt mach da oben. Fertig. Es brennt. Ich muss doch gar nichts abwaschen. Und das muss ich was. Das muss abgeben. Da brennt dahinten. Dünsten. Dünsten nicht. Ja wird doch eh alle hier so auf dem Täler. Das kann auch schon gedüsten werden. Da geht mein Korb. Hier ein neuer sauberer Teller. Ja. Dink wasch ab. Ich kann das nicht rein geben. Was ist das für ein Scheiß. Da fehlt ja noch was drin. Jetzt. Da hat einer Mehl vergessen. Gib doch mal Mehl. Hier Mehl. Hier Mehl. Das muss jetzt nochmal gemixt werden. Oh Gott. Das hier. Das hier. Aber das kann da rein. Ja dann. Das ist. Dann musst du es doch am Teller. Dann ist es doch nicht fertig. Jetzt kann ich am Teller gehen. Weil es nicht fertig ist. Dünsten. Das war doch schon. Ja. Runter. Aber doppel Sashimi will keiner. Hier. Hier. Nein. Du musst es. Ich kann das nicht. Das hier. Das hier aber. Das im Teller. Das musst du dünsten. Achso. Das hier musst du auch dünsten. Ja dann gib her. Hier ist ein Korb. Das ist doch echt scheiße. Dünste das. Ja ich dünste. Sashimi. Mach doch Sashimi. Da vorne am Teller und abgeben. Da vorne am Teller und abgeben. Achso. Hier am Teller und abgeben. Und raus mit dem Schmuh. Und dann das dünsten hier. Da abwaschen. Da dünsten. Okay. Rechts auf den Teller und abgeben. Zack. Und dünsten. Das dün... Wer... Was hier Sashimi? Sashimi. Machst du Mehl? Nein. Ja schon. Aber wir brauchen Sashimi. Das muss du wieder dünsten gleich. Da oben am Teller und abgeben. Und weg damit. Das ist schon weg. Ja. Jetzt zweimal Mehl. Zwei Mal Mehl bitte. Äh. Zwei Mal Mehl. Oh Gott die Musik. Was? Ich will Sashimi dünsten. Du musst dünsten. Du musst dünsten. Du musst dünsten. Okay okay okay. Aber wo weiß ich... Hier warte. Gib mir noch was. Achso Sashimi musst du machen. Hier hier hier. Das kann da rein? Das kann in den Dünster? In den Dünster? Ja? Ja? Nein, das ist mit Sashimi gemixt, das will doch keiner! Oh Schein, oh ist das schrecklich, oh Gott! Oh Gott, ich brauche einen neuen Küchenchef! Das ist schrecklich! So, warte mal hier, washing up, okay! Was mache ich jetzt? Das ist mir, scha- Ich ha- Das ist mir zu stressig jetzt! Fucking Hund! Wir haben nichts! Wir haben nichts! Wir haben nichts! Wow! Das Ding ist halt, ich hab halt nur... Ich kann gar nicht so schnell denken, weil... Du sagst, ich mach das machen, dann mach ich's einfach! Dann schau ich gar nicht nach! So läuft das in der Küche! Ja, ey, das ist eh gut! Aber das ist... Ich hab... Boah! Kevin holen... Ja, wir holen Kevin später! Jetzt hier hin! Kevin, ey... Kevin will hier immer gedünstetes Essen, ja? Nei Sushi! Ja, richtig! Nei Sushi will nix gedünstet! Das! Ne, das wissen wir schon, ja? Haben wir schon rausgehauen! Oh! Ach, Englischer, Alter! Wir sind aufgesteht! Oh, geil! Jetzt sind wir richtig, richtig geil! Okay, ey, was ist das? Okay... Erstmal Reis! Gib mal her! Erstmal Reis fertig machen! So, Leute, warum machen wir da einen Workout? Oh, bam! Was ist denn das für ein Blödsinn? So! Workout! Okay, wir haben zweimal machen wir schon schon! Wo sind die Teller? Ich bring die Teller schon mal rüber! So, wo ist die Teller? Da rechts neben dem Topf! Ja, ja, okay! Siehst? Okay! Einmal Gurke, dann Reis und ein Seeblatt! Ich hol das Blatt! Ja, das Blatt auf die Gurkschen! Ja, genau! Und fertig! Das andere, ja, das andere hat Blatt und Sashimi! Da kommt, warte, Sashimi kommt! Und jetzt noch Blatt drauf! Warte, den Reis da rein! Das Blatt ist da oben! Wir sollten im Uhrzeiger sehen! Ich glaube, das ist gescheitert! So, und raus! So, jetzt machen wir... Einmal Gurkel! Gurkel ist immer hier! Ja, wir machen wieder das Lebe! Also, ich mach wieder Sashimi! Ja, da sind die Plates! Da sind die Plates! Ich war schon! Warte, da kocht grad der Reis! Ich glaube, der ist richtig heiß! Ja! Einmal... Teller! Hier! Und... Okay, warte mal! Soll ich... Ich bring gleich Reis von oben mit, ja? So! Ja, wir brauchen Cho! 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 Und... Der Sashimi kommt auf den Teller auf den nächsten, den du hier hast! Ja, ja! Und ein Blättchen! Ein Blättchen! Kein Gurkschen, ein Blättchen! Okay, 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 okay! Und raus! Ja, raus damit! Okay! So! Sehr gut, sehr gut! Wo sind die Teller? Kann ich das da hin? Ich bring den Show! Genau! Hier! Ja! Ich muss die Tellers! So! Ich hol mal mehr Reis! Okay! Okay! Ich leg den Teller unten hin! Ja, ja, ja! Reis wird hier schon fertig gemacht! Genau! So funktioniert das eine... Wir sind eine Maschine, die funktioniert! Ja, jedes Zahnrad greift das andere hin! So! Neuer Teller, neuer Reis! Und... Und was fangen wir da drauf? Einmal Gurke und einmal Sashimi wieder! Gurke, kommt schon! Blatt ist auf! Okay, okay! Blatt habe ich schon in der Hand! Und... Weg! Sashimi, ja! Mach du Sashimi klein! Yo! Mach ich klein! Hier dann drauf und dann kannst du direkt wieder weg! Auf den Teller! Okay! Und raus! Ja! Okay! Jetzt wieder Teller abwaschen! Action! Ich hole in der Zeit Reis! Okay! Zack! 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 Boah! Schade des Arten! Ein Zahnrad! Das gibt's nicht! So! Hier ist schon der Erste! Was brauchen wir jetzt? Ich hole Sashimi und du hol's Plättchen! Ja! Okay! Sorry! Sorry! Okay! Okay! Plättchen! Und weg! Ich muss den Teller noch abwaschen! Und hier oben ist schon wieder Reis fertig! Ah! Zack! Teller sind gut! So! Einmal Reis ist wieder fertig! Und braun mal! Einmal Sashimi! Einmal Gurke! Kack Europäer! Lieb Gurke! So! Ich nehme das Sashimi mit! Gurke! Okay! Und dann holen wir beide... ...nies Plättchen! Und einfach nur Gurke! Warte! Der will nur Gurke und Blättchen! Und jetzt beide ein Blättchen hier holen! Okay! Okay! Und raus! Raus! Direkt! Ich nehme den Teller mit! Und raus! Ich hole wieder Cho! Okay! Ja Cho! Der Koch muss... Der Kessel muss burnen! Ja! Der muss richtig brutzeln! So! Okay! Die machen wir noch fertig jetzt hier! Ja klar! Teller bringen! Teller bringen! Okay! Okay! Dreimal Cho mache ich fertig! Was brauchen wir? Gurke! Gurke! Hier ist einmal Gurke! Ich mache den Reis gerade fertig! Okay! Einmal Sashimi! Warte! Ich stelle sie da hin! Ja! Komm! Komm! Ich hole noch ein Blättchen! Schnell! Wir brauchen... Ja! Wir brauchen... Aber Blättchen muss drauf! Ich habe ein Blättchen drauf! Hier! Ja! Ich habe eins noch! Ja! Ja! Herr! Jetzt geht's aber! Ja! 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 Krass! Ach! 600 Punkte! 400! durchgegangen, kann man sagen, ne? Boah, das ist die Gastronomiearbeit, kein Zuckerschleck, sag ich da. Magst du Sushi eigentlich? Nee, nee, ich koche das nur, weil ich krass bin. Ja, das ist nicht. Aber man muss es als Koch doch alles abschmecken. Nee, 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 ich weiß, dass das krass ist. Und das werde ich auch im nächsten Fall in der Wolkenstadt unter den Wein stellen. Im Pflege auch. Im Pflege machen wir das beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, like, lasst es bei Capuzzo vorbei. Schauen wir uns in der nächsten Runde rauf, guckt wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschüss.